Donnerstagmorgen haben wir es, bestimmt 30.11. Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe noch den Doos angeladen. Dann fahre ich jetzt rüber in den Hof auf den Waschplatz, dann werde ich vermutlich zwei Bagger aus der Werkstatt holen, die stellen wir hier rüber und dann weiß ich es wieder noch nicht. Gucken wir mal. Dann fahre ich jetzt. 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 Dann fahre ich jetzt noch einmal. Aber hier vorne die Werkstatt, Alter, ist wirklich ein Dunkelleben. Dann fahre ich jetzt noch so viel Licht im Hof. Normalerweise hängen überall quasi fünkt Lichter. Zuerst den hier laden oder was? Dann fahre ich zuerst den hier. Das ist so der Doos an, oder? Der ist aber nicht fertig gestrichen. Oder soll der Gewicht werden? Dann fahre ich jetzt schon hier die Karte. Ach, die Karte zeigte. Die 3,30, der steht auch noch hier. Dann können wir auch fragen, ob ich den aus der Werkstatt holen soll. Der linke, der ist auch fertig, den zuerst raus holen soll, dass wieder Platz ist. Oder zuerst den fragen. Sehen wir gleich. Wenn wir gleich. Er sein. Der Karte hatte sagen. Das ist ja ich. Ich hab den Mans. Was war die Krone. Ich hab den Karte. Wo war die Krone? Ich hab den Karte. Vielen Dank. 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 Okay. So, 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 ... 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 an, dann warte ich auf meinen Kollegen, weil er fährt dann mit runter nach Bingen, ich lade dann die Walse und der Kollege fährt den Traktor per Achse nach Hause, weil, gewerblich, ja, und wenn du auf den öffentlichen Straßen fährst, brauchst du den LKW-Führerscheiben. Darum fährt ja der Kollege nach Hause. Wenn ich die Walse hier habe, dann sattel ich um und dann hole ich noch den 938. Wie schon gesagt, der soll noch mal nach Beilerbach ins Krankenhaus, aber das werde ich wahrscheinlich erst am Montagmorgen dann verlegen, keine Ahnung, so, hier wollte ich die Kamera ausmachen. Ja, zusammenschieben tue ich auch noch gleich, die brauche ich auch nicht mehr, ausgezogen lassen. Bis gleich. So, die Walse ist unten, ich stehe da drin, die Greifer da hinten draufstehen, den fahrt da hinten von Backe mit großer Aufnahme, die SW66. Da komme ich hier vorbei unter der Matte, ja, das sollte passen. Ja, dann stelle ich mir den noch, dann hänge ich den an, weil der Greifer ist quasi zu und steht hinten in der Mulke drin. Ja, und dann hänge ich mir jetzt an, mache den Greifer auf und stelle den aufs Tiefbett. Fahre ich rüber in den Hof, nehme ich den Stapler und lande das Ding noch ab. Dann satteln wir um. Jo. Jo. Ne? 336 nehmen wir. Ich glaube ich nehme den Fernhälter. Ich glaube ich nehme den Fernhälter. Den Leibagern nehme ich mir. Passtum. Ja, oder? Das ist muss ich den Fernhälter des Königs. Ja, da guckt mal schon am Her ponto. Dies das��te. Das ist einchuss für Kürzlas. Ich glaube ich mit zwei Stunden E Ark. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Kirche Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 So, Okay. So, ... 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